Toll. Oh, eine Spilunke. Verlorene Seelengasse. Ach, eine Gasse? Sieht mehr aus wie eine Spilunke. Ja, dann erzähl mal. Fritzi-Kopfüber. Du siehst nicht so aus, als wärst du von hier. Das bin ich auch nicht. Du auch nicht. Für Rezimregrüb, den bösen Bürgermeister. Ich habe ihn in Reimkampf besiegt. Ich würde lieber nicht über Zwei-Stadt reden. Nie wieder. Nö. Reimkampf, der war super. Ich habe die beiden Seiten des Bürgermeisters zusammengefügt. Äh, Rezimregrüb ist weg. Schon klar. Eine deiner Persönlichkeiten ist leise, die andere ist laut. Könntest du vielleicht nicht so schreien? Nein. Und laud one is here to celebrate. Woo! I'm gonna head back tomorrow. Here, kiddo. Take this. I never had use for it, but maybe you will. Cool. See you around, kiddo. Was haben wir bekommen? Cool. Bogen des Regermeisters. Okay, dann mal, ähm... Ich würde mich erst gerne hier unten umschauen und danach nach oben. Oha! Wir müssen vier in Köln. kurzer Zeit. Hier. Hm. Okay. Das waren nur zwei. Hier ist noch einer. Wo ist der andere? Hier gibt es aber wahnsinnig viele von diesen Fischdingern. Ah, da ist... Ist das der andere? Ich glaube nicht. Ich bin mir doch sehr unsicher. Das ist der, den wir von dort sowieso sehen. Nur der dritte. Wo ist der vierte? Die Fische alle mitnehmen. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Ah, oha. Okay. Moment. Vielleicht von der anderen Seite. Ja. Okay. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Oha! Wir haben die nächste Geschichte gefunden. Wundervoll. Äh. Hier. Hier. Wurde ja auch langsamer Zeit. Es gibt zehn Stück. Da müssen wir aber noch ganz schön suchen. Dann wollen wir mal lesen. Und los. A new queen rose to power and, knowing what the games had become, took action. In a voice tinged with rage, she decreed that all dice be forever destroyed. Using the power of her dark, six-sided companion, called the one true dice, she attacked any of her citizens foolish enough to protest. Und thus begann the no-dice-war. Aha. Jetzt wissen wir, wie der begonnen hat. Der kein Würfel kriegt. Zehn Seiten. Na, ich hoffe mal, die finden wir alle. Okay. Ich will nur die Karte immer geöffnet haben. Cool. Ein Rätsel haben wir. Jetzt schauen wir nochmal ganz genau hin. Dass wir auch möglichst viele Fische finden. Denn das haben wir irgendwie ein bisschen vernachlässigt, ne? Okay. Rack-on-Tour for hire. Freilands, Vigilands, Rack-on-Tour. Freilands, Vigilands, Rack-on-Tour. Freilands, Vigilands, Rack-on-Tour. Freilands, Vigilands, Rack-on-Tour. Freilands, Vigilands, Vigilands, Rack-on-Tour. Hey, Many-Max. Was haben wir hier? Ja, man könnte sagen, ich bin, ich bin ein Expertin. Ja. Meine Schwester, ähm, ich glaube, ich habe sie gesehen, ohne ihren Geist, aber sie lebt. Eine seltsame Gestalt. Sie hat mich auf eine Reise geführt, aber ich habe sie länger nicht gesehen. Wer bin ich? Was machen wir alle hier? Ah, ich liebe das. Ich liebe das. Hör, hör, du kommst auf irgendwelche spookies Geschichte, die du mir wissen willst. Oder wenn ich drei neue Geschichte hatte, dann hätte ich genug Material für eine neue Ghost-Tour. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Nicht schlecht, Kleiner, aber komm schon. Ich bin echte Geistergeschichten. Keine Fantasie. Machen wir uns nichts vor. Okay. Noch nicht, ich muss los. Okay. Wir müssen also Geistergeschichten sammeln. Hier ist Manimax. Das war, äh, da? Okay, da hinten. Eins nach dem anderen. Wir werden uns hier wohl auch etwas länger aufhalten. So scheint mir. 300 haben wir erst. Hier ist man. Okay. Los, da ist sie. Armutwürfel. 430, sehr gut. Okay. Und? Huh? Ah, hier oben geht es noch weiter. Alles gar nicht so leicht. Da ist eine Leiter nach unten. Hier sind noch mehr Fischbasen. Also, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein Fischbasenteil. Weil Wahnsinn, wie viele es davon hier gibt. Oh. 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 Vielen Dank.